seid auf der hut ein bisschen herum experimentieren paar andere fähigkeiten eingepackt ja eben trinke vergnügen und aus einem bestimmten grund ich trinke um zu vergessen und ich muss ein größeres besorgen ihr seht ja wie das läuft dann gebe ich euch das geld für die wette denkt dran ein richtig großes wir müssen jetzt ein einhorn töten ja wahrscheinlich wie irgend so ein komischen ziegenfriede du nimmst das vor nicht um das ein ganz zudem nicht einfach den horn von deinem helm geben hat und jetzt auch noch eine question klauen an der kelle wo könnte man mein schwert da hat sie voll geil aus ich habe kaum noch fragt das war die falsche kaste das war mein ultimate war unnötig vorhin auch irgendwie allein gedrückt und da habe ich gemerkt dass der knopf zum heilen so war ich schon voll da steht sogar da noch aber ich wusste nicht mehr habe ich meine fähigkeiten belegt hat getöteter händler seine kehle wurde weil zum aufgerissen keine andere anzeichen von bullen da ich glaube da war sogar die question war hier hatten hier rede mit diesen getöteten händen kämpfen er steht nur seine kehle wurde wenn ich hatte eine christliche quest ist nicht clown an der kehle der ist doch eine neue quest ich glaube du hast schon für mich gemacht weil das symbol über dem ist weg bei mir ja okay kann ihn jetzt nur an quatschen da steht seine kehle wurde gewaltsam aufgerissen keine anderen anzeichen von wunden ja wohl bei mir auch nur gesagt okay wir müssen noch die ich brauche den blutkelch ich bin mir aber ich glaube ich kann mich noch dran erinnern als die mich gefragt hat bevor wir angefangen haben mit der quest ob ich die quest habe und ich habe die quest angemacht ich glaube ich habe nicht mitgenommen und sehr viel getötet haben das war ich glaube ich schon weil ich kann mich daran erinnern dass die quest extra angemacht hatte machen wir erst mal hier diese zwei drei quest immer noch haben dann gleich war mal ab so was du noch für quest hat weil ich noch vertreten habe ich habe jetzt ein stoff dauerer lang was siehst du jetzt wahrscheinlich ich sauge sachen das ist mein neuer standard angestatt ist die hat er auf deutsch zersetzen englische platz gekommen die kompensieren die kommt die kompost irgendwie so geiz angeguckt oder irgendwie sowas ich habe mir einfach mal ein paar fähigkeiten durchgelegen noch einmal durch das spiel dann war falsch aber okay jetzt haben wir eine mauer aufgestellt wer ötes leben verhalten meinen komischen staubsauger da so stark hat nichts damit dazu tun hat ist nur die greift immer nur ein ziel an also ich habe nicht genug wo stellen weiter die welt stu oder immer mehr erfahrungspunkte wenn man das hier ich muss warten habe ich noch lebe natürlich sterbt er nicht ja auch im blauen kreis das schon wieder passiert da kann der riesige ordnung von gegnern auf mich eingeschlagen war ein paar explodierende gegner bei war ich meine ich habe die schnelle erledigt für mich so was ich habe auf einmal ich hatte volle energie und war auf einmal zu ich habe nur ganz viele gegner gesehen ich wollte angreifen nicht momentan ich habe keine mehr todeskolben gegner ich glaube da ist ein schreien von lille ja ja ich bin auch für schaden gemacht er ist schon fast dann müssen wir auf den raufgaben ja ganz bestimmten situation die ganze schuss dämonen das ist ein quest gegenstand ich kann das nicht aufgeben vielleicht müssen wir erst mal erledigt wenn man aufhören kommt aufhören wünscht man jackson war ein schwert habe ich auch genommen auch ja schon so schnell ich bin noch nicht bereit ja ich habe eingesammelt aber ist das hier sind wir aber leuchten das hat wollen eingesammelt oder hatte ich das du hast eingesammelt wir heißen die question wir ja gerade machen ich war gar nicht weiter gemacht wette um ehre glaube ich bin mir nicht sicher ich muss ich bin noch nicht bereit wenn sie daraus hat wird irgendwie wie in elters kurz irgendwie die seele von jemanden klauen ja ich würde ihm das fleisch von den knochen schälen um genau zu sein mein fehler muss ja dann ist aber immer nur für individuelle tage gegner ist das scheiße dabei posten halt würde ich würde ich mal raten wenn das ich schlechte irgendwas wenn ich extra in der kasse sie im weg gefallend schlechter titel 1000 was auch immer da stand belohnung kleiner kobold kann ich jetzt das titel haben das war jetzt das hat auch ja gefallen besser als der erste schlechter gleich die story war besser vom ersten teil konnte konnte man im ersten teil auch schnell reisen nähe da bist du dich die ganze zeit darüber beschwert den ersten teil dann hat die hälfte schnell reisen egal ich finde gut hat mein klaus wie so ein obdachloser man kann ich fand dafür ich habe an petrick gedacht hast du mein traum auch alle sind ungewöhnlich dann denke wir sehen noch immer mehr willenskraft wenn auch immer das ist wenn ich auch den altars ja auch ein gesammelt ja das ist wirklich das schokolade irgendwie aufnehmen wo ist denn der achter ist wieder da bei der gans oder denkt das spinn wir sind ausgerechnet spinn sein weg du fähig ekelhaft ja jetzt geht er wieder weg ich habe einen toten händler gefunden mit herausgerissen kehle zu sauber für ein tier brutal für einen menschen es ist der bär der schwarz steppe ricks aus den tagen der asche zurückgekehrt um uns alle zum schweigen zu bringen hat sie in die kehlen rausgerissen frau kinder alle die dem mann gegenüber standen wenn der betrunkene sagen muss ich ja stimme es gibt keine bären das sind noch nicht wer sind eine lüge und jetzt ist tot meine fähigkeiten ich habe neue handschuhe naja du bist ja hoch gehört wird genau da war ein bogen ist ja ein shop oder ich würde sagen bär sind auch nur entspringen auch noch meiner fantasie damit muss ich erst mal setzen wenn schock zu verarbeiten ja glaube ich sofort war da fehlt nicht für 5 rausgekommen ist er hat was damit zu tun hat bis jetzt microsoft gehört alle bisher spiele kommen nur noch für pc und xbox raus ich habe das schon über elders code 6 gewusst aber habe ich irgendwie nicht mehr so daran gedacht weil das konzertig soll ja auch irgendwie für für xbox nur auskommen ja ich habe irgendwie so ein artikel gelesen der grund warum die hat nicht für ps5 rausgebracht haben ist einfach nur damit hat besser optimiert ist weil beide konsolen funktionieren ja so ein bisschen anders irgendwie wenn irgendwie versucht hier ein spiel auf beide konsolen auszubringen da muss halt irgendwie ein paar sachen beachten damit hat nicht irgendwie so ein glitsch fest wird wie einige andere spiele beim release bringen ja irgendwie noch eine festgesetzte fps oder so ja irgendwie so war ja er ist damit flüssiger läuft da das war da nicht so eine tolle grafik aber das läuft dann besser oder so kann also habe ich da verstanden jedenfalls von dem artikel nicht gelesen hat der daniel liest artikel im internet ja ich mache mich schon ja nur gut gehen da wollte ich jetzt genau technik die technik technik chance ja versuche würde sich tu ja ein schwert benutzen aber ich habe irgendwie so eine wenn man so eine bombaren fokussierung jetzt hier mich auf ein ding hier fokussieren kann aber ich benutze schwerte und ich benutze die schwert fokussierung und ich glaube ich habe es so gut ist glückstreffer chance jemals sind kritische treffer ja darunter ich will fertigkeits punkte ich noch kriege und ich habe ich krieg noch genau um die fähigkeiten die ich haben will ja sie maximieren menschen gegen verwundbare gegner betäubten gegner an krische schaffer chance wir treffen zu halten ich habe euer dämonen und sieben auseinandersetzen du moment mal das sieht überhaupt nicht wie das von merik aus dieser verlogene misst kann ich bitte er hat mit einem ziegenhorn angegeben warum haben wir immer noch keine reittiere daran warum sind wir so scheiße weiß es nicht er ist nicht normal ich habe leute level 25 gesehen die rumgeritten sind ich muss mich setzen mein golem guckt den daniel nur an darf ich ihn fressen noch was in der lege ich weiß ich es gibt keine bären daniel die sind nur eine illusion nach weg hat du siehst auch aus wie so ein bär du bist eine fucking unit daniel erinnert mich an diese mimik bei einem ort ist lädt ja sagt da kommen die boden von ihm ich mache immer meinen teller leer ok kann ich merke gegner auf einmal treffen lochs fuchs kam ja ok geht ja dann nein ah fuck 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 nein da schon eine geöffnete truhe ich habe ja so ein gebietchen zum blaues gebiet habe ich hier ich auch suche nach vermissten händlern soll ich machen muss sein quest gegenstand Ja, das war ein Quest-Gegenstand. Ich weiß jetzt aber nur nicht, wo wir hin müssen. So, der Blau-Ding ist bei mir weg. Ja, aber ich hab das Ding eingeschammelt. Alter, der hat meine... Der mit einem Schlag kostet alle meine Gelände. Ich bin da. Hast du deinen Wirbelwind wieder, Daniel? Ja. Ich möchte mal rausgenommen. Warte mal, wie heißen die Quest überhaupt? Ich hab hier gar nichts aktiviert. Ich glaub, Clown an der Kehl oder ist direkt hier. Sehe ich gerade. Clown an der Kehle, okay. Hau! Hau! Ich hab Sorgen die verschlifteten Sieg hier. Ich hab grad so nen toten Händler untersucht. Den hab ich 5 schon untersuchte. Hier war wieder zurück, ne? Ja. Ja. Ja, ich hab diesen Wirbelwind genau. Aber den hat sich zur Rück verloren, hat den wieder ausgerüstet, oder? ich habe nicht genug der hatte durch eine ausrüstung gegenstand mit equipment oder so kriegte das wahrscheinlich scheinen habe ich das noch ich habe sie wieder ja ich habe ja schmutzig gemacht so torben ich habe es bei dem opfer gefunden das zeichen einer kompanie aus den tagen der asche mann wie tier ohne zu zögern ich auch schwarz steppen kompanie die kompanie die den sagenumwobenen bären seinem zweck zu führte es gibt kein wer zum aufhören tiere zu erfinden brannte brio ok da müssen wir mit dem rennen solange ich in der stadt bin was man hat hier wenn jeder skrupellose sollten aus den tagen der asche sie nahmen jeden vertrag an der blut und gold gleichermaßen versprach und so flauke waren die verzweifelten haben sie gerufen aber es waren verzweifelte zeiten am südkamm steigt rauch auf die feuer sind zurück keine zeit verloren also wir sind keine feuerwehr vermutlich gibt es bei all dem heranz toll und wer sagt dafür dass wir uns nicht passiert und für das ist ja ganz nichts passiert okay schon sagen kann ich nicht bewegen ja ich auch nicht muss erst mal aufnehmen die information ins gehirn hochladen was mich umbringt umgebracht hat ja nach dem part ok nur von einer stunde na guck mal nahe ich nehme an du bist irgendwie explodiert frösche ich erfrische ob das war ein bär nachwart ich bin noch nicht bereit mein gott wird kommt der ganze natur mir live mir hier entgegen ich habe keine wut mehr nein da land auch ich bin noch nicht bereit der stern hoch her bei mir ich kann dein quenst sparen ja ich war keine kristall aktiv fascherhaufen ja hier ist ein kreis was ist das ich muss machen so ich glaube wir müssen hier rein bärenfalle warum stellen leute bären fallen auf es gibt noch keine bären ein reiner erschien genische da war genau so blöd wie du auch da muss ich mich an der hand nehmen oder was verdammt ich habe meine ultimate gezündet und ein ausguck der nicht hinter sich vorhersehbar und den taschen ich habe einfach gesehen wie leute vom himmel geregnet sind habe direkt meine ultimate gezündet ja super ja 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 ich bin noch nicht ja 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 immer mal an torten ist der bär ich bin noch nicht bereit ich werde den gestand der leichen nie sprich mit torgen ihr seid der bär der schwarz steppe suchte fähige leute und verpflichtete uns dazu erst darauf zu besiegen unsere skrupellosen taktiken zeigten sich aus und mit der zeit besiegten wir den dämon doch die dinge die ich sah beschämten und entsetzten mich zutiefst meine gefährten und unsere anführerin stana teilten meine schaden sie erfreuten sich an den flammen und sehnten sich nach ihrer rückkehr ich war da als sie überfielen ich sah den wahnsinn in ihren augen die tage der asche hatten ihnen den verstand geraubt zu viel asche gestüttelt so habe ich sie niedergemäht einen nach dem anderen und sie den flammen überlassen das scheint es dass in dieser nacht etwas überlebt hat gleichen und die händler waren an mich gerichtet ja er hat einen brief schreiben noch mehr künstler uns wenn er ganze quest reihe gestartet die letzte gut ah man ja war gut in die blöden teilen das ist wie der komische tinge der immer gegen die hake ja dann bist du die stacheln der am boden das sind die fallen dann darfst du nicht reintreten dann schwein die waren gerade nicht da zu sehen das geläte sind genauso blöd wie du aber das ist eine klose lange nein hat der name hat der name hat der name ja die schießen ich das ist dieses braune wesen kann ich was ist das aber das noch ein ich weiß es nicht einfach eine übernehmen das weiß das für ein zeichen weil es war einer stück ein steil kaputt das stück wir müssen aber die alle besiegen dann in der einzelnen nein nein sternchen legendäre handschuhe gleich mal ausschicken ich muss warten einer fetten ganz wir müssen die steppen kompanie ausschalten mit dem versagen ihrer falle werden sie nur noch hartnäckiger den scheiterhaufen beweisen dass sie noch immer von uns teufels angezogen werden die narbe im osten markiert den ort an dem äster auf den helden unterlag manchmal wenn es berg des teufels also es gibt irgendwie den teufel also darum ging es glaube ich im dritten teil man musste diablo bis ich im ersten teil schon was wir schon mal ein ich habe den ersten nie gespielt ich habe nur den dritten gespielt ist der spanisch er redet nur spanisch ja das ist das einzige was er sagt er sagt nur die ja ich will keine lotte spiel nicht lotto schritt mit otto weil diese eine ork irgendwie gerade ein hasen und wer nicht der sprungangriff nur gesehen wieder in die luft gesprungen ist und dann habe ich auch verloren hasen gottos spielen dann lieber mit otto nein ich hasse otto der freundlichen großer elefant der freundlichen sprechende elefanten benjamin blühe weg ich kann mich mal dunkle erinnern hat irgendwann mal irgendwie weil nicht fieber oder kopfschmerzen hatte und so ich habe mir wenn er mir blüht ich habe ganz viele hörst du kassetten davon gehabt weiß doch nie doch aber das sind das hier schon wieder in der streife das vor dem der begleitet ich muss man dem herrschen was am boden liegt für den fehler haben dann macht ihr die ganze zeit zu geräuschen ich bin auch nicht bereit die ganze zeit also explodieren aber der explodierende hat mein wirbelstunde er hat geräusch macht ich habe gemacht da haben untersuchen da ist klar irgendwas hier nein ok Oh, ja, steck. Oh, ja. Was ist geschehen? Eine Seidnerfrau hat uns auf den Straßen gefangen genommen, hat uns in die Tiefen der Narbe gebracht und uns zum Zusehen gezwungen, wie sie uns verbrannten. Das kann man auch so verstehen, der hat sich selbst beim Brennen zugesehen. Nichts konnte ihre Freude am Leid anderer übertreffen. Sie haben einen riesigen Spiegel aufgestellt. Das Wahnsinn endet hier. Wenn sie den Bären will, kann sie ihn haben. Trefft mich bei den Tiefen. Wir werden sie darin finden. Ich verstehe, wenn man... Der Bär. Was um Himmels Willen ist denn bitteschön ein Bär? Wenn sie den Biber werden... Ich glaube, ich habe übernatürliche Wesen, okay. Ah, explodierende. Ich muss warten. Ich muss warten. Ich brauche auch nicht umröst. Ich habe nur legendäres Zeug. Ich brauche zwei Waffen. Und haben wir alles schon. Wir haben 6 von 8 Wegpunkte, 0 von 3 Stützpunkte, 20 von 47 Nebenquests, entdeckte Gebiete 47 von 70. Ich bin in diesem Gebiet halt. Skos, gerade in einer Gebiet hier. Sortiert. Hm. Ich glaube, es ist ja... Ich habe mich gefragt, warum die sind. Warum sind die Skelette um mich herum? Kontrolliere ich jetzt die Skelette. Ja. Es ist unser Wasser Pause. Kümmerlich um uns. Okay. Du musst die füttern mit ihnen, dass sie gehen und die Haare kämpfen. Ja, aber die Haare kämpfen. Welcher? Aber den Blutproblem, das ist ganz schön harter Arbeit. Ganz schön harter Arbeit. Wenn seine Frisur nicht sitzt, wird er gerne mal schlecht gelangt. Ja. Ja. Suchen wir es da. In diesem Ort sind so viele schreckliche Erinnerungen eingemeißelt. Erinnerungen, die ich zu vergessen hoffte. Es ist nur recht und billig, dass sie sich zu ihnen gesellt. Kommt. Das ist natürlich... Ist da irgendwas... Da ist so ein Viech irgendwie... Irgendwie... Was am Fressen im Hintergrund. Werden wir da mit dem... Uns mit dem unterhalten. Okay. Dann auf in die verkohlte Senke. Ja, wir müssen ja rein. Okay. Boah, guck mal wie knallhart wir aussehen. Und da ist noch die Musik hier. Und da ist noch die Musik hier. Aua! Die Musik hier in der Mitte. Ja. Ja, da hatte ich meine Kopfhörer, das hat... No business being that badass. Wo's Torben ist weg. Starna. Ihr hätte den Brion bleiben sollen, Starna. Mit den anderen verbrennen. Und ihr, der mit mir reden soll. Eine solche Bau, wo die... Ich stehe gerade dem Gegenüber mit Gesicht zu Gesicht. Bin ich jetzt da? Was? Was hat euch wohl zurückgefallen? Wenn du dir erledigen willst, musst du an mir vorbei. Kommt Torben. Helft mir die Tage der Asche wieder zu erzählen. Weißt du, als würden wir gleich irgendwie so ein Gladiatorenkampf starten. Die Schwarzsteppel. Oh ja. Es wird Zeit, dass ich zum Himmels will, sie ist dann ein Bär. Auch. Ich hab doch mal auf den Weg gehen. Ja. 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 Dann war's. ich bin noch nicht bereit ich kann meine fähigkeit nicht einsetzen genau in der kampe da steht ja dann nehmen gehauen so legen wir das amulett eine andere ist da mit dem schild nachdem wir gut ich habe gern mein schild immer noch bestimmungen gefunden jenseits von asche und tobt was ich kann meine vergangenheit wir haben es geschafft torben aber ich werde sie hinter mir lassen ich stecke nun meine ganze kraft in die ganz sie bietet einen frieden den ich nie für möglich gehalten hätte und verweilt sich den ganzen ein bär ich war so an die grauen verzerrten gesichter gewöhnt dass ich lange brauchte den wert eines lächelns zu erkennen bitte nehmt mein schwert in meinen händen genug blut vergossen wäre das nicht stärker als wollte ich jetzt wer klar hat er nicht mit tauben reden wo es darum minus 129 ich will mich auf den armen nehmen immer eine bessere klau dieses schwert ist kacke spucke darauf auch bei mir ist ja schon weg ja ich finde ich mit dem reden was mit dem geredet und jetzt ist er weg also ihr kurz abgeschlossen weil er nicht wie ist sie denn der bürgen war zwar nicht ich habe ich habe ein schwert bekommen die bären klaue ich habe ich auch habe ich auch minus 17 ja ich kann nicht mit dem reden er hat nur gesagt er kümmert sich jetzt um die gans und statt also alles so wie vorher ja ja okay hier ist irgendwann am leuchten auf der karte oben links ja ich bin schon auf dem b das ist wahrscheinlich der da das war das war das war das war das war ich bin auch nicht bereit wer bewendet büte noch ein paar tierknochen das stellt hohe von so wenn einer von uns die öffnet geht die für den anderen auf also die geöffnet ja okay dann geht die nicht für war gar nichts so nur noch zwei quests eines viel zu weit weg und eines ich habe noch ganz viele quests dann genau schmelzt die geld der würdigkeit die falschen hände die weinen habe ich auch und die blut predigt nein die habe ich nicht kann man auch einfach irgendwie plakate aus teleportieren geht sogar dann gehen wir mal zur gast aus der fetten ganz haben wir noch nie ausprobiert immer mit der karte wie machst du das denn sonst sagen ich dachte wir müssen immer jetzt so so ein weg punkt zu gehen nein kommen unheilige abschauen machen wir noch die quest da können wir deinen kech da mal gucken wie hat der abläuft nach der story weitermachen ist ja die quest weil ich dann dass die irgendwie wende wir hatten fährt der macht sich über uns lustig ich glaube in irgendeiner wendem höhle auf einer die quest gekriegt habe ich hatte die schon vorher ich habe jetzt meinst du mit dem kei ich weiß nicht was da passiert ist ganz wieder ein kleines kommunikationsmissverständnis bringt die zerstört stütze rein zu alter ihr was geht es ist schwer die gestalt des tiers aus diesem stück abzuleiten aber ich sehe die krallen bewerten glieder eines großen raubs wenn ihr noch einen teil davon findet bringt ihn mir sofort ich werde auch andere bitten in der umgebung nach stücken zu suchen wir können nicht riskieren dass sie in die falschen hände gelangen noch gehen aber einfach gut gemacht man steht da stand halten schützt den wanderer der eignis hier oder was hat das hier so ein ding ja schon mal hier sind daher schminkt seine sensor ja wir sind vor allem helfen ja wir sind die höchst gelevelten leute hier wir sind die am carrying gut gemacht hier haben wir gut gemacht ja genau na und dann sagt mir mal wo das noch mal ist mit deiner quest dann kann man schon mal dahin aber lassen muss ich da aktivieren ja aber lass mich erst mal ich muss ich muss mal sagen verkaufen ich gehe mal nach kürz hat doch auch mal gott ja